Unser Schiff wird alles ranken, Alter. Wir werden alle zu ficken werden wir. Junge, unser Schiff Junge, macht alle galt. Junge? Junge! Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt. Erich geht da weg, Erich geht da weg! Ja, erstmal Failiger beginnen. Wir spielen ganz auf Ikarus. Das hat der Erio Masti, Antriebe kaputt. Danke, tschüss. Der Erik hat das Spiel da rausgefunden. Ja, hat den richtigen Mal gefunden. Und wir spielen das heute mit Max, Erik und Lolo. Marcel seitlich, ich muss auch schießen. Genau, es gibt verschiedene Klassen. Ich bin der Pilot und ich will gar nicht viel erklären. Rechte Geschütze, Max, rechte Geschütze. Da gehe ich hin jetzt, er repariert. Rechte Geschütze. Max, Schild, Schild. Wir sind tot, Max unser Schild. Max, 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 dem ist Antrieb oben. Huft! So muss ich alles selbst machen. Ich gehe in den Keller. Da war unser Schild fast, finde ich, deswegen. Ja, aber oben unten, unser Ballon. Wir müssen halt alles reparieren und dann passiert irgendwas. Ja, das ist echt geil. Es sind sogar Luftschiffe. Weiß kann, weil ich Kapitän bin. Wo sind die Feinde jetzt hin? Jeder hat seine Klassen und ich komme nicht hoch, Max. Was sind die Fallen im Fall? Da hinten ist rot. Über uns, Marcel, ganz, ganz, ganz hoch. Sobald's wieder geht. Okay, und man hat so ein Werkzeug von halt auf. HMS Quarkas. Keine Nachbarschaft, also keine kleine Pistolen. Er hat schon den Punkt. Die haben schon einen Punkt, den unser Schiff zerstört. Unser, nein. Unserem Partner halt. Wo sind die Typen jetzt eigentlich? 2 bis 2 eigentlich immer. Ja, ich flieg grad hoch. Stimmt da oben. Warum kann ich die nicht spoten? So unfair. Mach Flammenwerfer, Erik. Und ich schieße ihn grad auf. Warum kann ich die nicht? Und ein, das ist eine Gallion, das ist eine Gallion. Das ist eine Gallion. Links, links, links. Sind gearscht, wir sind gearscht, schnell, schnell. Der Flammenwerfer ist kaputt. Ich geh im Keller. Schlecher, schnell. Du drehst dich, weil ich jetzt kann ja nicht mehr schießen. Da gibt verschiedene Schiffe und das Ganze. Wir spielen mit dem Junker. Marcel, rechts, rechts, rechts. Ja. Fahr nach rechts, Junge. Und ich geh jetzt abschließend von meinen Schiffsposten weg, weil... Mach's ja bitte. Unser Antriebssinn war hinter uns ist anscheinend auch noch ein Feind. Schild! Du drehst dich immer in die falsche Richtung, was kannst du das Schild treffen? Wie soll ich denn das sehen? Wenn hinten der Antrieb hin ist, Erik. So auf jeden Fall. Ich reparier das gar nicht erstmal. Sind tot ist das Max. Der ist tot. Der ist tot. Schild, den Schild, den Schild. Geh zum Schild aus. Ja, Junge. Ja, wir sind tot. Junge. Voller Beginn. Und wir kommen bei der Super-Crew von ganz auf Icarus. Mit dabei sind eh... Marcel von der Braillebieters, Max von Max von Marcel, der kein Kanal hat und er von mir. Hey, was kann ich dafür? Hä, was? Hey, was? Ich habe die Anlage gemacht. Das kann ich dafür. Ja, 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 das kann ich dafür. Ich habe auch nicht mehr als in der Schild. Aber egal, ich gehe nach vorne und ich... Da müssen wir nach vorne. Wir müssen eigentlich mit unserem Partner zusammenbleiben und wir müssen die Munition ändern. Wir müssen eigentlich mit unserem Partner zusammenbleiben und wir müssen die Munition ändern. Wir müssen eigentlich mit unserem Partner zusammenbleiben. Wir müssen die Munition ändern. Ja, in unserem Partner sind die 345er. Ja, die sind aber alles Engineers, also sind die ein bisschen inkompetent, glaube ich. Das ist nicht. und schiefen die erste zur vorderen Waffe dann wenn der ist er ja der Vorderen Waffe trotzdem nicht Max weiß was Max ich glaube ich brauch dich sogar hinten ich hab ihn einmal getroffen ja er der Ballon ist es gleich gehabt also von Skyler der von Schildern macht ich hab ihn ein paar mal getroffen ach unser Partner ist Kronos Shit okay von denen ist der Ballon das ganze kaputt Loll ist der Dampf böse Hervé das ist Angel und so schießt viel zu weit drüber nicht so gut also ich seh ihn einfach dran ich seh ihn einfach dran ja jetzt seh ich ihn auch oh shit ist in der Steine du musst oh shit das ist jetzt mal reparieren Max ja ja ich komme wir sind down Marcel von der Seite Marcel dreh dich doch mal zur Seite damit ich schießen kann schön gemacht Marcel endlich hast du was in deinem Leben erreicht Herr Junge du hast nicht gesagt du gewusst ja ist aber egal der Flambeer verbrennt ich schieße ich schieße mit dem Flambeer wir schießen mit dem Flambeer wir schießen mit dem Flambeer wir sind gern Max wo bist du Max reparieren den Ballon ja weil der Schild reparieren der Junge ja ich hab doch gesagt Ballonhörer Alter der auf dem Ballon Junge Ballon ich reparieren ich reparieren Lolo reparieren die Waffen ich steh nicht so durch reparieren den Ballon hä du stehst einfach da bei mir ja ich reparieren scheiße ist der Ballon ist gleich down ja unser Ballon ist down Max mach du doch den Ballon ja ich steh doch da Junge Lolo macht aber was ich weiß einfach warum jedes Mal kaputt was machte irgendwas falsch oder die und die müssen das mache ich ihr bitte falsch ich kann nicht hoch wenn der Ballon kaputt ist und wir werden abgeschossen von den unseres Schildsort vorne von vorne werden auch Lolo das Schild unser Schild Schild Lolo Kriptow alle mit Auflaube ich so komisch und die Kollegen ich habe mich nein 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 Alter wie alle schönste nein also ich bin aber auch immer wer ist der Omerkart bleib du am Film Max am Film kann man jemand den Ballon reparieren mach ich grad wir sind doch am Ballon reparieren wir sind tot unser Schild ich hab den Ballon ich hab den Ballon wir sind noch nicht tot wir sind noch nicht tot wir sind doch nicht tot ich kann die aber nicht richtig rauslenken ich Alter wir sind so tief am Wasser ja wir werden abgeschossen von einer Seite Eric geh du doch auf den Ballon hab ich gesagt also das Spiel ist sehr teamabhängig unser Ballon ist schon wieder kaputt Eric geh doch auf den Ballon bleib durchgehend mein Ballon Eric Lolo was stehst du neben mir mach den Ballon du selbst deine Oma du stehst neben mir hinten den Ballon reparieren du unwissender Lidl hä bist du irgendwie geisteskrank du stehst neben mir ich mach den Ballon Junge zum hundertsten Mal er bewegt ja den Arm also geht das warte mal ich geh zum Ballon jetzt mal nein nein Max geh nicht zum Ballon bleib im Schild bleib im Schild ich geh zum Schild ich geh zum Schild ne ich geh zum Keller ich geh auch im Keller du machst die ne du machst die Waffe ich mach den oh fuck du machst das jetzt nicht also den genau wir müssen uns ein bisschen erholen weil wir waren es nicht im Boden aber wir steigen wieder auf ja ja es ist echt sehr teamabhängig und das sind die ersten Lolo sollst du reparieren da sind die nach rechts nach rechts nach rechts nach rechts nach rechts nach rechts da sind die da eben ich muss auf die schießen egal egal maßen ich hau einfach ab jetzt komm weg komm weg bitte bitte ich glaube unsere unser Ballon ist schon wieder kaputt Max Max geh zum Ballon warum geht der Ballon immer kaputt weiß ich doch nicht ich ich schieße gar nicht ich schieße gar nicht ich bin am Schild ich bin am Schild irgendwie haben wir die Folge ist richtig verkackt ja 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 also Leute wir haben sonst alle Runden gewonnen ja ja maßen das haben wir nicht aber doch unser Liebes Teil unser Liebes Teil unser Liebes Teil unser Liebes Antrieb ist ausgefallen ich kann deswegen ach du den Ballon Max das ist echt nice Max ist halt Ingenieur der kann gut Sachen reparieren wir sind wir können auch nicht dann haben können gut schießen und dann aber auch sie kommen von hinten hat seid ihr wieder gut dreh dich dreh dich dreh die wir sind so einigermaßen warte so war es doch wenn wir das nach links jetzt versucht sie abzuschießen rechte kanonen rechte kanonen ach so da sind die rechte kanon rechte kanon eric in den keller eric in den keller unser partner ist naja ich kann was ich denn schieß doch einfach ich war der längst recht perfekt ballon schon wieder kaputt das schild was war man wir sind richtig schlecht heute was magst du bist du die ganze zeit ja am schick du spaß du warst überhaupt nicht magst du kannst das reparieren wenn dir die leiste da sind kein keine kein kuchen diagramm mehr drauf ist ich glaube wir dürfen nicht so offensiv gehen wir danke lodo wir müssen mit unserem team zusammenarbeiten unser das ist scheiße du weil er nicht bei uns ist wie kann er drei löffel ist nicht bei ihm vielleicht aufpassen ist daran weil die haben so einen scheiß captain level 13 erst mehr level als du ja und schau doch mal wo der ist er ist nie bei uns er kann sein er so zockt und auch verliert er kriegt auch level ups aber nicht viel ich habe es so jetzt schlagen Max bleibt sie bitte bei mir hinten Red Team Guns Nr 1 sie tut es der ist sie für den ist viel besser glaub mir naja auch Lolo du hast noch nie gespielt der Rost hat immer frei glaubt mir das hat viele kanonen also gesehen wie es auseinandergenommen hat ne weißt du echt ja okay nächste Runde ich geb den ach den Erik geb ich ein Like man kann eigentlich allen Likes geben oder? ja nur einmal ich geb ihm einen Like du hast schon nie einen Like gegeben Rematch Rematch Marcel änderst du dein Schiff oder nicht? ich würde sagen ich mach jetzt einen Cut bis nächstes Mal also bis nächste Runde tschau tschau die Gegner haben ein Schiff Party Boat oh nein alter unser Party Boat das sieht auch so aus der hat ja irgendwelche gelandet Stefanie aber 3 bis 3 oh nein unser Vostok Partner der ist richtig scheiße schau das mal an Vostok Partner der hat die Dingens weg die Löwengun der hat die gar nicht drauf der hat die Heavy Twin Coronade die wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht sonst würde ich ja nicht dran machen weil die kann ich nicht auswählen ja aber im Goldschiff hoffen wir mal es haut hin ok Max du gehst auf die linke weil du bist schön ich hab mir am Anfang vollgelegt Erik du gehst weg äh 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 ich hab dir kein Gesucht am Anfang Leute willkommen zurück zu einer neuen Runde Goy Hallo ja Lolo du bist Erik, Lolo und Max ich hab da gar keine Waffe draufstehen bei mir wir spielen jetzt hier mit unserer Mobula und haben uns mal entschieden dafür mit zwei Ingenieurs zu spielen und ja wir sehen ja unser Spielverlauf ist gleich so wir haben kein schlechtes Team wir müssen erst mal ein bisschen aufholen nee wir haben richtig scheiß wo schießt du hin hey gute ich schieße einfach die Waffe austesten ach das ist ja ein ganz anderer Modus das ist Eroberung hell das haben wir noch nie gespielt das finde ich auch nicht das ist gar nicht kämpflich, das ist Eroberung sage mir nicht runtergehen soll okay ich hätte Eroberung ausgewählt ich nicht oh weil du nein egal, das ist eine Eroberung äh, ist egal, wir haben schon mal Posten B und warum leuchtet er gegen 8.9 10 Punkte die sich der Gegner sind unsere Partner, die haben alles oder rechts im Gegner rechts im Gegner, Lolo, Lolo, schieß ab Lolo, schieß ab Lolo, schieß ab Lolo, schieß ab ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist nicht ist nicht, ist nicht, ist nicht Iron Maiden ich gehe runter sieh mal ein bisschen nach rechts sieh mal ein bisschen nach rechts nein, Max die Rest der Seite macht sie dauernd da Iron Maiden ist gleich dauernd komm wir kassieren weiter nach rechts du musst du runter nein, nicht nach rechts ich kann nicht nach rechts ich kann nicht schießen ja, du, die anderen machen die schon der Lolo und so der Lolo hat die Kassel ja, ich bin direkt davor der Lolo hat die Kassel Waffe also die, die ihre geschützt sind fast dauernd geh, geh nach vorne, mach, nach vorne, nach vorne ja, ja, ich flieg schon auch was im Party Boat geht ich hab den Ballon und der Schild ist kaputt Iron Maiden komm, die kriegen schon Damage, die kriegen Damage, die kriegen Damage die sind gleich tot, sind gleich tot sauber, Leute Junge killt Iron Maiden Junge macht Kills, ich sag's ich weiß nicht, ob das die Erde glaube ich der Party Boat hat keinen Ballon, der schießt ja, schieß ab, schieß ab er hat keinen Ballon mehr er hat keinen Ballon mehr komm, den macht hier äh, ja, er kriegt Damage sauber Rune Kills, wieder Junge Aufpassen, no you cracker, no you cracker Junge ist perfekt Junge, wir haben einfach keinen einzigen Punkt, wir haben einfach keinen einzigen Punkt angesteckt oh 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 oh, jetzt reparieren, reparieren wo denn? Lolo, ähm, hau einfach hinten, klopf einmal auf den... bei dir... bei den Ballon schützt auf den Ballon einmal knopfen ich muss... mit dem Schrauben zieh oder mit dem Schrauben Hammer, Hammer, einmal draufhauen und repariert der ich weiß es Mass-Drain, gute Mache ja, ja, mach ich schon, das dauert ein bisschen bei dem Schiff es dauert ein bisschen genau ehrlich mit der longshot gun all die max ist ok immer er ist klar machen alles klar hier haben wir am anfang ein bisschen gelegt jetzt geht es wieder was war man bei mir auch sein ich weiß ein Regen hat es bis zur nächsten ja 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 ich lenke schon wo es braucht ein bisschen nach links habe ich den gaben flammweffer getroffen doch 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 er brennt nach links Junge ok Lolo weiter Lolo ja mach mach Lolo Eric sorry ich gehe auf die rechte Seite Lolo muss treffen er hat eine krassere Waffe ok dann geh ich zur Bolo du schießt echt ok oh 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 Schaden treffen uns gut unser Schild unser Schild macht unser Schild Lolo Ballon bitte Lolo Ballon ist doch in Ordnung schießt auf die Frontwaffe Lolo wenn du schießt unser Schild ja ich bin da aber nach rechts nach rechts Eric so redest du mit Mimo ja du sollst nach rechts gehen und schießen wir treffen uns immer gut wo ich dich gedreht Marcel jetzt können wir ihn nicht mehr treffen jetzt geht es wieder oh ich treffe ich gut hä der Lolo trifft doch geht er ja ja ich ich hab nämlich gut ihr könnt ihn jetzt immer noch treffen ja ja es geht noch aber ich muss grad nachlaufen ich hab den Engine wird mir gerade angezeigt sehr sehr geil wo wird das eigentlich angezeigt da oben links in der Archivementer ist da mal der Frott schritt ja oben links drauf angezeigt oh ich mach mal rechts aufpassen die singen gleich aus meiner Range draußen ich zieh noch ich zieh noch ich perfekt 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 die singen weg da oben habt ihr sehr sehr geil es ist zwar Eroberungsmodus aber wir chillen jetzt einfach mal und killen das ist ein bisschen nach vorne machen weil ja 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 alles auch nicht einmal so dass wir das geben weiter auch so wie ich bin 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 Lolo Lolo komm Junge 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 hat Ohr und gilt dritten Kühlung der Junge sehr gut sehr schönes gutes Team gleich geht zu unserem Ballon und hauen und gutes Team Junge macht alle dauernd davor Failrunde und jetzt Junge macht alle dauernd erster Vorfeld und Erik du weißt letzte Aufnahme ich bin ich schon ein bisschen länger her weil der Mars ist mit dem Pfingst ja ich hab's verkackt und jetzt der Ton weg deswegen nehm ich jetzt die andere Runde auf und beim Lolo sieht man die Runde da haben wir auch gewonnen mit Eriks Schwanz aber ja wir schießen auf uns ne wir schießen auf sie Party Boat oder auf wen auf irgendeinen er ist gut und da ist ihr hört im Hintergrund den Ante ein Kumpel vom Lolo Lame TV heißt der nein ich heiße ich gar nicht Lame TV L Lame TV machen wir können uns das war der Ort ist auf seinen eigenen Dürr Dürr der Treffende die Schichter Party Boat die Gewinne so was von 300 wir brauchen richtig geiles aber wir haben die meisten Kills bisher gemacht und was konnte auf einem mehr der eine Selle von links und links und links und er hat sich Ich hab's richtig damage gegeben. Ich auch. Der Lolo ist wichtig, weil der hat die krasse Waffe. Warum sind wir unten? Ja, da, Iron Maid. Ja, ich lad' grad nach. Warte, ich hab ihn gleich. Und, ja, ist was da. Jemand hieß auf uns. Oh, warte, warte, warte. Unser Schild, unser Schild! Oh ja, oh ja. Der Ballon ist weg. Ist unser auch? Nein, unser... Ja, ja, ich schlag schon stark. Da, Iron Maiden. Es ist direkt einer hinter uns, Jungs, das kann doch nicht sein. Oh. Wir hätten den auch nicht vorbeiziehen lassen dürfen. Wir kriegen zu viel Schade. Unser Schild ist da. Oh, fuck. Oh, fuck. Wieso, wenn wir uns nicht so auf Iron Maiden gehen? Warum gehen wir denn auf den, der nicht hinter uns ist? Das ist doch Quatsch. Hey, Max, der war von... Jetzt sind sie nicht mehr Schild wieder. Jetzt haben wir die Front. Ja, weil ich's repariert auch. Hä, wo's... Unser Partner verlassen? Ja, gut. Komm, warte, ich hau ab. Keine Chance, das schaffen wir nicht. Ja, weil unsere Partner hauen grad ab. Sie wollen die nächste... Ja, ich reparier's, Jari. Sie wollen uns die nächsten... Ich sag ja auch nicht. Warte... Lass Party Boat abhauen. Wir machen uns einen Iron Maiden. Der ist rechts. Party Boat... Rechts, rechts, rechts. Eben, Iron Maiden. Alter, woher kriegen wir so viel Schaden? Unser Schild, unser Schild, unser Schild. Das ist die Maschinengun. Du musst nichts Hauswahl sagen. Ich steh da... Ich stehe da. Max, das war die Maschinengun. Also, die macht nicht wenig Schaden. Ey, unser... Keine Chance, Jungs. Wir sind so viel Schaden. Runter, runter. Hä, von wo hat uns jetzt eine... Ja, von Iron Maiden. Von beiden Seiten. Ach so, ich hätte gedacht, nur für uns wäre jetzt Iron Maiden. Deswegen... Iron Maiden hat uns gekillt. Ja, eben. Die haben uns gut getroffen. Ist ja egal, aber guck mal, das Spiel ist einsammeln. Und versteht's hier? Unser Partner haben uns verlassen, um den Punkt Posten zu beschützen. Wir werden wahrscheinlich eh gewinnen. Schaut mal die Punkte an. Wir waren doch beim Posten. Äh, wir haben keinen Posten aber mehr. Ne, wir haben uns bisher nur um die Kills gekümmert. Ja, ist egal. Wir sind ja kein so Postensammelstift, sondern so ein starkes, hartes Alter. Ja, eben. Wir haben... Wir haben bisher die einzigen drei Kills, also... Echt? Ja, das hat uns auch Punkte gegeben. Und hinterher... Äh, Max... Lolo, wieso kannst du mich aus der Waffe rauskicken? Genau, Lolo. Genau, bei mir ist kein Bild. Krasses Bild, Max. Krass. Wird bei dir alles kaputt? Naja... Max ist disconnected. Max ist... Max... Ist der Max weg? Ja... Warum denn? Halt mich doch nicht. Max... Ja, mein, der AI, der bleibt jetzt nicht in seinem Tunnel. Das ist scheiße. Hä, was ist mit Max? Raus ist es. Ja, dann start halt nochmal. Bio-Update das Ding wahrscheinlich. Hä, nein, das schmeißt du nicht, Junge. Dann drück Rezum. Du kannst das... Hä, wieso gehen wir runter? Hä, ich drück W. Ach, wir haben gewonnen. Wir haben eh gewonnen. GG. Junge, schau mal da. Junge hat geworden. Guck, wie sind das beste Team? Junge. Junge war bestes. GG. Okay. Ja, das war's von mir. FF. Balloons ist zurück. GG. Close-Range Kills 2. Alter, zieht's euch rein, ey. Wir die abgesahnt haben. Ich gebe euch allen einen Like. Hab's alles schon mal. Aber... Wir haben die meisten Kills gemacht. Mobula, Junge, hat alle gerackt. Richtig. Na ja, also Leute, das hat euch gefallen. Lasst so ne Bewertung da. Ich verlinkrete euch die Runde mit TheBlades. Also die haben auch was aufgenommen. Na klar. Na klaro. Das ist dein Absicht. Ja. Dann sagt verabschiedet eure Oma. Wiedersehen. Tschau. ,